Ich kann mich noch gut daran erinnern, vor ungefähr drei Jahren saß ich schon mal hier für einen Epilog zu dem Thema Assassin's Creed. Damals ging es um Syndicate, das quasi zwei Jahre nach dem letzten großen Highlight, Assassin's Creed 4 Black Flag, wirklich kurz davor war, die Serie an die Wand zu fahren und kreativ in der Sackgasse gelandet war. Damals habe ich den Wunsch geäußert, Ubisoft den Ratschlag gegeben, mal eine kreative Pause einzulegen, alles auf Null zu stellen und zu schauen, wohin man die Serie weiterentwickeln kann. Das hat man wahrscheinlich bei Ubisoft ähnlich gesehen bzw. festgestellt, nachdem man nochmal auf Syndicate drauf geschaut hat. Auf jeden Fall gab es diese kreative Pause. Im Anschluss daran wurde letztes Jahr Assassin's Creed Origins veröffentlicht, was in jeder Hinsicht ein sehr, sehr deutlicher Fortschritt war. Das Kampfsystem wurde überarbeitet, Queststrukturen, alles ging mehr und mehr Richtung Action-Rollenspiel. Dann kam Anfang dieses Jahres die Ankündigung, dass Odyssey erscheinen würde und ich dachte, oh mein Gott, sie sind schon wieder in dem Jahresturnus drin. Was kann dabei nur rauskommen? Nichts Gutes. Jetzt, nach dem Test, wurde ich eines Besseren belehrt. Das Spiel hat sich im Vergleich zu Origins noch mal weiterentwickelt, deswegen Hut ab an Ubisoft vor allem hinsichtlich der Risiken, die man bei der Erzählung gegangen ist, bei den Entscheidungen und Konsequenzen, die für Ubisoft und für Assassin's Creed im Besonderen ein sehr, sehr deutlicher Sprung nach vorne waren. Aber Ubisoft hat jetzt auch schon wieder gesagt, dass Assassin's Creed wieder ein Jahr pausieren wird, mindestens. Und das halte ich auch in diesem Fall wieder für eine gute Entscheidung, denn obwohl man Odyssey in vielen Punkten nach vorne gebracht hat, gibt es immer noch sehr, sehr viel Stagnation im Vergleich zu Origins, allen voran im Kampfsystem, das sich fast überhaupt nicht weiterentwickelt hat. Ubisoft hat auch gesagt, dass man jetzt mit Odyssey noch stärker den Weg Richtung Action-Rollenspiel gehen möchte. Und damit bewegt man sich natürlich auf Terrain, das von ganz anderen Größen besetzt wird, namentlich The Witcher, Horizon, God of War kann man auch noch da reinziehen, die alle gerade hinsichtlich des Kampfsystems weiter sind. Und wenn man schon beim Kampfsystem ansetzen möchte, gibt es eine relativ einfache Lösung, die sich auch mit diesem gesamten Inventarkram, Waffen, Rüstungen etc., Fähigkeiten sehr gut vereinbaren ließe. Und zwar ist das ein einfaches Ausdauersystem. Wird verwendet von einigen Spielen, ich möchte jetzt gar nicht mal in die Schiene Dark Souls gehen, aber es würde die Gefechte einfach noch ein Stück taktischer, spannender und dynamischer gestalten. In Ansätzen hätte es sogar schon in Odyssey Platz gefunden, denn die Gegner greifen zum Beispiel auch nicht mit einem ständigen Angriffswirbel an, wie man ihn als Spieler durchführen kann, sondern machen auch gelegentlich Pausen. Und wo wir gerade schon beim Kampfsystem sind. Spartaner, Griechen, sind sehr, sehr stolz auf ihre Fähigkeit mit Schilden zu kämpfen. In Origins gibt es einen Schild für die Hauptfigur. Wieso ist die Hauptfigur in Odyssey als Spartaner quasi der einzige Kämpfer in der gesamten griechischen Welt, der keinen Schild verwenden darf? Ja, ich verstehe, dass man dadurch versucht hat, sich von dem Kampfsystem aus Origins abzusetzen. Alles gut und schön. Nur an dieser Stelle ist es denkbar unpassend im Rahmen des historischen Hintergrundes. Doch davon mal ganz abgesehen, das Ding macht ja trotzdem einen Haufen Spaß. Ubisoft hat zu Recht eine richtig, richtig gute Wertung eingefahren und wenn man sich mit dem jetzigen Jahr Pause nochmal auf ein paar andere Stärken besinnt, das Kampfsystem vielleicht nochmal ein bisschen überarbeitet und bei der Geschichte genauso konsequent weitergeht, wie man es bei Odyssey gemacht hat, bin ich ziemlich sicher, dass Assassin's Creed wieder in die Qualitätsregionen vordringen kann, die es bei uns seinerzeit mit Brotherhood und Revelations hatte.